Was ist Karma-Yoga? Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag aus der Reihe Fragen an Sukadev. Ich bin der Sukadev von www.yoga-vidya.de Was ist Karma-Yoga? Karma heißt Handlung und Tat. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma-Yoga hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der Yoga des uneigennützigen Dienens, der tätigen Nächstenliebe. Karma-Yoga in diesem Sinne bedeutet, Gutes zu tun für andere, sich für das Wohl anderer zu engagieren. Indem du für andere Gutes tust, anderen Dienst, öffnet sich dein Herz und du erfährst Bewusstseinserweiterung. Um aus Ego und Getrenntheit herauszukommen, hilft es sehr, anderen zu dienen und das Herz zu öffnen. Zweite Bedeutung von Karma-Yoga, also was ist Karma-Yoga in der zweiten Bedeutung, ist Karma-Yoga ist der Yoga des verhaftungslosen Wirkens. Karma-Yoga in diesem Sinn wird in der Bhagavad Gita sehr genau beschrieben. Dort wird gesagt, Handle ohne verhaftet zu sein an der Handlung. Wenn du also etwas tust, weil es getan werden muss, aber wenn jemand anders gefunden wird, der das lieber tut, dann kannst du loslassen. Karma-Yoga ist aber auch der Yoga des geschickten und engagierten Handelns, also nicht nachlässig sein, sondern das, was du tust, mach es richtig von ganzem Herzen. Aber wenn es Zeit ist, lass es los. Karma-Yoga heißt auch, nicht verhaftet sein an das Ergebnis. Du handelst zwar so, als ob es ums Ergebnis geht, aber nachher bist du gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Karma-Yoga heißt auch nicht verhaftet sein an die Früchte der Handlung. Du engagierst dich, aber ob du nachher belohnt wirst oder nicht, das ist dir nicht das Wichtigste. Karma-Yoga, also auch der Yoga des verhaftungslosen Wirkens. Und der höchste Karma-Yoga ist der, wo du nicht mehr das Gefühl hast, selbst etwas zu tun, sondern du spürst, Gott macht alles durch dich. Du bist nur ein Instrument. Es fließt durch dich hindurch. Du willst nichts für dich selbst. Du tust, was zu tun ist. Gott wirkt durch dich. Du spürst überall die Gegenwart Gottes. Du spürst in allen Geschöpfen das Göttliche. Und dann weißt du, das Göttliche wird sich um dich kümmern. Im Höchsten ist Karma-Yoga Handeln aus Einheit heraus, was logischerweise ein Handeln aus Liebe ist. Mehr Informationen über Karma und Karma-Yoga in meinem Buch Karma und Reinkarnation. Mein Name ist Sukadev Bretz. Und natürlich auf unseren Internetseiten kannst du nachschauen. Du kannst den Suchbegriff eingeben im Suchfeld auf www.yoga-vidya.de Ihr wartet stand im Buch Alan Weiss www.yoga-vidde Untertitel Saongo Masse Dann